Gido Westerwelle will die Wehrpflicht aussetzen, wenn die FDP an die Regierung gewählt wird. Das bedeutet doch auch keine Wehrdienstverweigerung mehr. Mein Begriff der Mitbewohner fühlt sich immer noch als Friedenskämpfer, weil er nicht beim Bund war. Ich glaube, Westerwelle will sparen und die Bundeswehr kann sich keine größeren Uniformen für die überwichtigen Soldaten leisten. Morgen geht's weiter. Untertitelung des ZDF, 2020